hallöschön leute und willkommen zu let's play pokémon schwarz 2 im letzten part haben wir team platz aus zwindra city vertrieben weil die da einfach mal alles aus eis gemacht haben so und wir haben es schon in der ars letzte mal als sie den sieben erhalten haben ich glaube schon jetzt als den wir es in der achten arena und gucken was es für eine arena ist aber die musik hat jetzt schon total du warst ein arzt trainer na was geht na wie fühlt es sich an auf dem blätter zu treiben wenn mich besiegt verraten ich dir etwas interessantes okay ich habe anfangs vorne du wirst sterben wenn du was für pokémon verwendet bogelein er wird so untergehen der wird so untergehen leute lernst los o paralyse auch noch tschüss ich dachte sie werden untergehen manntags helfen eigentlich auch käfer attacken ampelleuchte nein nein das ist ja auch voll schwach gewesen auch nö wasser in ladung schluss und da wäre dann mal das rot wie konnte schon verlieren ist würde ich ein auf eins der blätterten und nicht weiter von ihr wegtreiben lassen ja was denn wenn zwei besser und einer schluss hält das blatt an das ist zuvor bewegt hat ja ja ging das jetzt zurück was passiert eigentlich wenn ich nähe ich gehe ja hier sagt man auch gleich in kämpfen zu bieten was setzt sie ein ach das wie manoliter einfach ausregelt das eben mit einem ladungsstoß hier zack und tschüss wird einfach aus ich bin enttäuscht dass ich gerade so enttäuscht ampelleuchte das wird reichen oder ist auch nur ein pokémon was ist hier ach hier sind wir wieder beim eingang ok ok gehen wir mal hier über die brücke gehen wir mal rüber hey kämpf mit mir ich habe alle meine kämpfe im nachhinein klar hat gewonnen ja die hast du man bedenkt immer in der achten arena von jemals in jedem pokémon spieler gibt es diese diese ab asf trainer wo ein peliper einladungsstoß du bist tot ich war nicht hätte er mit schutzschutz eingesetzt noch weil ich habe ja bei willen pokémon trainiert hier auf level 50 da kam auch voll auf ein peliper schutzschild 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 du fack so ich glaube das hat ziemlich viel ap oder eine ziemlich hohen verteidigungswert das war mein volltreffer ich habe sich getötet elise so wir lassen aber einmal einen hypertrank auf anfach aus ein andere taste hypertrank 21 stück noch ok ich habe wieder voller hp 53 die anderen zwei sind auch immer auf level 50 go by um 45 das wird auch bleiben ähm hier rüber miau ja man miau was du wirst gegen mich kämpfen ok den die 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 aber sie ist natürlich jetzt wieder an so ladungsstoß aua wieso bist du schneller und du aber dafür bist jetzt logisiert geschieht recht und tschüss bist tot so hatte er kaum überleben können hätte man dasselbe pokémon super das dumme ist am fahrrad hat mir spezielle angriffe angriff als andere das heißt ladung schuss zieht mehr ab als donnerschlag glaube soviel ich weiß bei donnerstag ist nur eine physische aber es ist jetzt trotzdem ein auge tschüss kannst du es wagen an frau zu verletzen als zu mehrere und ladung schluss tschüss 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 du lebst ja immer noch kraftkulost aua aua an frau lebt 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 auch am fahrrad zu sollst die arena machen da macht jetzt der rest rabi gator mit einem schönen knirscher nom nom und er ist tot wir haben gewonnen aber wir müssen jetzt erst mal unser am fahrrad wiederbeleben und das tun wir auch gleich auf sieben stück okay ja ist okay auch so heilen und jetzt übertreib noch drauf wie vp am fahrrad einfach level 35 schon hat 117 74 also für mich ist das vier leute für euch ist zwar bestimmt was zum acht nach oben okay ja ich bin so trainer die kämpfen wird okay ein enteron war zwei pokémon ladung schluss das tut auch weh aber das tut auch viel mehr weh und tot da gab es überhaupt eine wasser nähe was pokémon arena gab es im schweiß und weiß nicht dafür gab es eine eis arena wo ein stammi oh mein gott das musste ja jetzt passieren aber langs schluss trifft trotzdem zack und todes stammi so ich gucke jetzt erst mal ja ich habe einen äther der konnte nicht auf ladung stoß zack was mache ich denn jetzt muss jetzt hier runter und dann hier rüber anschein nach oben nach oben hui 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 ich hätte auch einfach darüber laufen können oh da bist du ja schon du siehst sehr stark aus na gut fangen wir sofort an zing versus benson dub 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 oh ein karib karib egal ladungsstoß zack bam dann überlebt siedewasser ouch oha du bist nicht schlecht ja was denkst du denn dass ich schlecht bin oder so ne 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 du wirst schon sterben gehen zack aua ist jetzt ja bestimmt noch ein hypertrank ne doch nicht haben wir nur einen hypertrank finde ich gut d vylord ja amphoros das ist amphoros arena amphoros hatte aber schon die sechste arena er hat zwei arenan oh mein gott d d was hat zeit hypertrank einzusetzen hypertrank für amphoros z 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 51 nicht schlecht also war es doch keine schlechte idee die alle auf 50 zu level dann halt noch mal der langsflug drauf und tschüss bis tot ja wir haben unseren achten ohren damit du siehst du nicht nur stark aus nein du bist es auch ich wäre von schreck fast umgefallen aber jetzt weiter im programm du hast dich so aus der bahn geworfen dass ich bei der vergessen hätte die das hier zu bereichen unser letzter ohren leute von benzo in den wellen orden das ist der welle orden diese orten gibt es erst seit kurzem in einer region ist eine schüpf jetzt wo du alle acht ohren hast gehorchen die auch alle pokémon jetzt kommt noch ein item von mir siedem wasser erhalten okay die attage siedem wasser ermöglicht es die gegnern verbrennungen zuzufügen und wenn es eins der pokémon eingefahren ist kannst es mit ihr wieder aufzauern so ich gehe jetzt eine runde schwimmen folge mir wenn du kannst warum sollte ich dir folgen das geht nicht egal wie gehen aus der arena raus und geht zu schätzen ja mal nach hinten treibt so aber bevor wir raus gehen zeige ich euch noch mal alle acht und einfach nur so aus prinzip einfach nur falls sie sie sehen wollt deswegen dominik da ihr seht sie alle acht und es gibt nur zwei neue orden die neue sind das wäre der wellen orden und der gift orden den ganzen schwarz und weiß d d d d d d d die gab es schon schwarz und weiß 1 aber finde ich nicht schlimm so hey das geschafft jetzt gehört auch der letzte ordner du bist wirklich unglaublich ein schwester 3 für die pokémon liga auch vorher müssen wir uns um team plasma kümmern alle meine freunde die team platz von dem ihr da habt was sind das eigentlich für kerle die seilung von team plasma kam kein das pokémon auch was sage ich sie haben die pokémon unzählige menschen gestohlen ihr plan ist die herrschaft über die in einer region an sich zu reißen indem sie das land in eishöllen mit denen es ist nicht gut kirchen essen hast du wirklich noch nie von ihnen gehört benson also das höre ich zum ersten mal das meer ist mein zuhause solche dinge interessieren mich normalerweise nicht aber ich bin immer offen für neu genau wie das zweite oc an der das wasser aller flüssen mit offenen armen empfängt ihr denkt also dass die plattform von grund auf böse ist richtig ja verstehe deshalb kämpft ihr also gegen diese leute ich reihe zu euch euren zorn in worte zu fassen zuerst mal nur für euch selbst dann werdet ihr besser verstehen was ihr eigentlich erreichen wollt so genug geredet tschüss ist dieser keller naiv oder schreit er sich nur schreit er sich nur vor verantwortungen aber so aber so leicht lasse ich mich nicht entmutigen nicht so lange team klasse daraus und noch sein unwesen treibt nehmen wir alle unsere mutter und lass es zuerst herausfinden wo sich die plattform treibt ja das ist schon ein plan am besten teilen muss aufnehmen du dir rote 22 vor okay aber vorher gehe ich ins pokémon was ist das hier zwei papp kameraden ich bin voll verloren noch meine stimme krank schon wieder ab aber egal ich trinke jetzt ganz kurz noch schnell was während sich meine pokémon sind pokémon zettel hier heilen vielen dank der top team ist hier topfit auf wiedersehen so wo war rote 22 ich frage einfach mal die karte da karte rote 22 was man das unterseetunnel und das dann gehen wir jetzt auf richtung code 22 das auch sogar schon in richtung der pokémon liga geil ja da sind wir bei einer was ist das macht so ein boot wenn sie bei deiner pokémon liga leute so auch hier geht es nicht weiter ja los geht dadurch hier ging es nicht weiter wie solche wasserstädte hasse solche städte hasse ich so als nächstes trainieren ich wieder rapid kart war item nehmen alten geben ganz unten müsste das jetzt sein das glücksei oder juck du 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 widmen uns wenigstens eine seite in deine reise chronik ok von mir aus kriegst du ein paar minuten meinem lp are you fucking kidding me knirscher tschüss warum komfu strahl warum ich war nicht ha gut gemacht stammys tot die blüte die pion draghi was ist das hat das ist das da okay ich war nicht ich bin verwirrt ich sei nicht mehr verwirrt aua aua du bist ja immer noch verwirrt knirscher das ist sehr wichtig wird aua au wieso bist du denn immer noch ne tschüss tschüss du kackvieh da sagt murai wer so lange verwirrt bleibt na komfu strahl nur so ist töd schon schnell das vieh hier surfer dann bin ich im pad auch einfach etwas früher geh tot johann wir gewonnen ja gewonnen blablabla ja dann würde ich sagen ich bin ein paar etwas früher ich hoffe es ist also bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss